Je weniger die Muskulatur gefordert wird, desto schwächer wird sie. Pumpen hat aber nicht nur einen guten Effekt auf die Muskulatur, sondern auch auf unsere Knochen. Ich erkläre dir jetzt, warum Krafttraining für dich gut ist, aber warum du auch besonders deine Mutter oder auch deine Oma dazu animieren solltest. In Deutschland sind viele Menschen von der Erkrankung Osteoporose betroffen. Bei den über 50-Jährigen sind 6% der Männer und sogar jede vierte Frau betroffen. Bei der Osteoporose kommt es dazu, dass die Knochenmasse geringer und die Knochenstruktur geschädigt ist. Das hat zur Folge, dass die Knochen anfälliger für Brüche werden und weniger stabil sind. Von der Erkrankung sind besonders oft Frauen betroffen, weil es nach den Wechseljahren zu einer hormonellen Umstellung kommt. Dabei kommt es dazu, dass deutlich weniger Östrogen gebildet wird, was aber ein wichtiger Faktor ist für die Knochenstabilität. Ältere Menschen sind aber generell gefährdet, weil mit dem zunehmenden Alter die Knochenmasse immer weiter abnimmt. Unsere Knochen sind eigentlich permanent dabei, sich ab und wieder neu aufzubauen und passen sich damit ständig unserer Belastung an. Ähnlich wie auf unsere Muskeln wirken beim Sport auch auf unsere Knochen Belastungen, wie zum Beispiel Zugkräfte oder Druckkräfte. Diese Belastungen sind Wachstumsreize, wodurch unsere Knochen stabiler und stärker werden. Unser Körper passt sich durch den Knochenab- und Aufbau also ständig, wenn auch sehr langsam, an die Belastungen an, wobei auch defekte Knochenanteile ab- und neue aufgebaut werden. Der Hauptgrund für die Entstehung einer Osteoporose ist ein Ungleichgewicht zwischen den Zellen, die die Knochen aufbauen, und den Zellen, die den Knochen abbauen. Unsere Zellen, die für den Knochenaufbau zuständig sind, haben ungefähr bis zum 30. Lebensjahr ihre höchste Aktivität erreicht. Danach nimmt die Aktivität der Knochenaufbauenden Zellen nach und nach ganz langsam ab, wobei die Aktivität der abbauenden Zellen gleich bleibt. Das hat dann zur Folge, dass unser Knochen ganz langsam an Dichte und Stabilität verliert. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und habe mein Knochendichte-Pink letztes Jahr erreicht. Wenn ich jetzt also nichts aktiv dagegen tue, dann geht es mit der Knochendichte bei mir langsam bergab. Der Grund dafür, dass Frauen nach der Menopause häufig von der Osteoporose betroffen sind, ist das Hormon Östrogen, das nach der Menopause weniger produziert wird. Östrogen hat nämlich in einem gewissen Maße einen hemmenden Effekt auf die Zellen, die die Knochen abbauen. Nach der Menopause kommt es dazu, dass weniger Östrogen gebildet wird. Der hemmende Effekt auf die Knochenabbauenden Zellen fällt damit also zum Teil weg. Gleichzeitig nimmt die Aktivität der Knochenaufbauenden Zellen mit dem Alter auch immer weiter ab. Es kommt damit also zu einem starken Ungleichgewicht zwischen Knochenaufbau und Abbau, wobei der Knochenabbau überwiegt. Neben dem Östrogenmangel oder auch dem erhöhten Alter gibt es noch andere Risikofaktoren für die Osteoporose. Das können dann bestimmte Medikamente sein wie eine Langzeit-Kortison-Therapie, genetische Veranlagungen oder auch eine Mangelernährung. Die Osteoporose verursacht oft keine offensichtlichen Symptome, bis es dann irgendwann zu einem Bruch kommt. Typische Bruchstellen sind zum Beispiel die Wirbelkörper der Wirbelsäule, der Oberschenkelhals oder auch die Unterarmknochen. Ein Knochenbruch kann dann durch minimale Belastungen oder teilweise sogar ohne erkennbaren Grund entstehen. Die betroffenen PatientInnen leiden dann besonders häufig unter starken chronischen Rückenschmerzen dadurch, dass es durch die Brüche zu einer veränderten Statik der Wirbelsäule kommt. Die Sehnen, Gelenke und die Muskulatur sind dadurch dauerhaft fehlbelastet, was dann zu diesen Schmerzen führt. Weil die Osteoporose oft erst bei Brüchen diagnostiziert wird, spielt das Screening, also die Vorsorgeuntersuchung, eine wichtige Rolle. Dazu gehört die Anamnese und auch die körperliche Untersuchung, wobei man dann schaut, wie hoch das individuelle Risiko für eine Osteoporose ist. Für die Diagnose nutzt man dann bei einem starken Verdacht auf Osteoporose die DXA. Du kannst dir das wie eine Röntgenuntersuchung vorstellen, wo man an verschiedenen Stellen des Körpers die Knochendichte misst, um zu schauen, ob sie abnimmt. Sowohl für eine diagnostizierte Osteoporose als auch zur Prävention ist es wichtig, dass man darauf achtet, genug körperliche Bewegungen in den Alltag zu integrieren und eine Mangelernährung zu vermeiden. Und auf jeden Fall solltest du auch, um nicht nur der Osteoporose entgegenzuwirken, sondern generell auf Nikotin und Alkohol verzichten. Für unsere Knochengesundheit spielen unter anderem Vitamin D und Calcium eine große Rolle, weswegen es wichtig ist, hier auf eine ausreichende Versorgung zu achten. Bei vielen PatientInnen mit einer diagnostizierten Osteoporose werden diese Nährstoffe deswegen supplementiert. Welche Präparate genau genutzt werden sollten und in welchen Dosierungen sollte aber auf jeden Fall mit den ÄrztInnen abgesprochen werden. In schweren Fällen kommen auch andere Medikamente, unter anderem Hormonpräparate, zum Einsatz, um die Krankheit zu behandeln. Eine rechtzeitige Diagnose und die richtige Behandlung sind deswegen essentiell, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und Knochenbrüche zu vermeiden. Wenn du eine Osteoporose hast, achte auf jeden Fall darauf, dass du dich ausgewogen ernährst, genügend bewegst und auch regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen gehst. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt dazu motivieren, Krafttraining in deinen Alltag zu integrieren. Falls du Tipps hast, die bei der Motivation helfen, wir alle kennen das Motivationsloch, schreib sie gerne in die Kommentare, hinterlass dem Video gerne ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.